ich möchte jetzt auch mit euch mal über meine erfahrungen sprechen wie sehe ich die zweite tabelle wie sich die erste tabelle jetzt am anfang der saison 2020 2021 wir haben dieses jahr zwei spieltage nächstes jahr drei spieltage in diesen beiden divisionen das system hat sich ja geändert da wäre ich auch mal gespannt was sind eure meinung dazu einfach mal drunter schreiben was findet ihr zu dieser aufteilung dass es aus einem jahr auf zwei jahre verteilt wurde ist es schön dass wir dieses jahr noch eine liga haben die sich jetzt aber auch ins nächste jahr hinein zieht mit zweimal großen pausen zwischendurch oder findet ihr das nicht so cool schreibt da mal auf jeden fall gerne eure kommentare zu drunter das würde mich sehr interessieren jetzt kommen wir aber mal zur zweiten bundesliga erster spültag schön und gut ich freue mich da gewesen zu sein ob es das war das für ein licht also ich habe ein paar daten aufgeschrieben ich möchte meinen aktuellen stand nein ich was ich zuerst sagen möchte es war ungeheuer für mich schwer vor dem spültag zu sagen wie steht die liga wer ist gut wer ist nicht so gut wer kriegt aus maul wer teilt aus bei wem ist auf augenhöhe ich habe keine ahnung gehabt das liegt zum teil daran dass ich in den letzten jahren mir die dritte bundesliga nicht so viel angucken konnte aber auch die zweite bundesliga aber dieses ganz neue system und was sich im letzten jahr schon ein bisschen andeutet teams werden hochgezogen damit oben die liegen voll gemacht werden und so ähnlich ist es auch in der zweiten bundesliga gewesen einige teams gehen weg ganz neue kommen dazu es gründen sich auch teams dafür extra wieder um da zu spielen und darüber möchte ich mit euch mal sprechen das ist jetzt alles nicht alphabetisch hat vielleicht ein bisschen was mit der aktuellen tabelle zu tun aber die green monkey kings ein team was ich schon lange kenne sehr sympathisches team echt nette jungs dabei und die haben am ersten spieltag leider nicht so performance können wie sie es sich bestimmt gerne gewünscht hätten und wie ich sie mir auch gesehen hätte also aktuell haben die noch nicht das aufs brett bringen können was man sich erwartet und natürlich alles schwer durch corona bedingt trainingszeiten jetzt schon das layout ja auch ewig aber wir haben es halt gehabt und sie haben es nicht so ihren spielplan aufbringen können wie die anderen bisschen schade aber davon gibt es auf jeden fall von den jungs noch ein extra video der ich ein bisschen länger begleitet die haben auch ein paar schöne moves gehabt aber es hat halt nicht zum ende hin gepasst bisschen schade braunschweig extorian braunschweig extorian eigentlich das schwester team von ballistik götting aber durch die schwester team regelung mit erster und zweiter bundesliga die glaube ich nächstes jahr in kraft tritt darf es das nicht mehr geben dass team 1 und 2 in der ersten und zweiten bundesliga spielen ich finde es ein bisschen schade ich habe die genauen hintergründe dafür noch nicht erfahren ich finde es auch manchmal ein bisschen kompliziert warum eine namensänderung so teuer in der dpl ist es ist eine liga ja sport verstehe ich auch aber es ist halt eine feldball liga warum muss man da so viel geld für eine namensänderung hingeben egal auf jeden fall musste sich ballistik göttingen 2 umnennen die durften sonst nicht mehr in der liga so spielen haben die jetzt umgenannt zu braunschweig extorian äh extoration ein cooles team heimatfeld ist in hildesheim und es ist ein die team und das ist das einzige die team das heißt die ausstattung markierermasken jerseys battlepack loader hp flaschen was in der zweiten bundesliga spielt und da gab es jetzt ein kleines problem die dpl hatten einen punkt im regelwerk der steht schon länger drin dass wenn man der markierer im ramping sowie im turnierbereich läuft mit 10,2 bällen wie wir es glaube ich in der dpl haben schießt und der irgendwann anfängt zu rampen das heißt eine ballfrequenz beizuhalten ohne dass ich sie wirklich triggern muss äh und wenn man dann aufhört zu schießen darf der nicht mehr als drei bälle noch nachschießen ihr kennt das beim ramping wenn man reingekommen ist man triggert und in einem bestimmten punkt muss man nur noch zwischendrücken und der schießt eine konstante ball geschnicht bald rate äh weiter und die darf nicht höher als drei sein und jetzt wurde gesagt die die markiere das heißt die aktuellen der markiere sagen wir im höchsten segment m2 plus m3 m3 plus s die dsr auch ältere modelle haben das problem dass sie drei bis vier bälle schießen also auch vier bälle nachdem man aufgehört zu triggern kommen noch vier bälle raus das geht natürlich unheimlich schnell das sind halt vier bälle in einem bruchteil einer sekunde das darf nicht sein da habe ich mit den verantwortlichen gesprochen das hat was mit sicherheitspunkten zu tun ja muss mal gucken ich finde es ein bisschen komisch jetzt hatten die das problem dass sie ihre gun an dem spieltag nicht schießen durften das heißt kurz am ersten punkt die leute gehen drauf zum kronen der ref sagt deine gun darfst nicht spielen und so stand auf einmal das ganze team da ohne markierer jetzt haben die refs ihm die möglichkeit gegeben entweder ihren markierer umzustellen was nicht geht man kann diesen punkt in den markierer nicht einstellen oder sich andere markierer zu besorgen für den ersten punkt haben sich dann was geliehen was ich ziemlich cool fand dass ein anderes team da war das deshalb so unterstützt hat das zeichnet für mich auch paintball sport aus und so haben sie dann halt einen punkt spielen können aber natürlich komplett aus dem rhythmus raus was heißt das jetzt für mich warum ist das überhaupt so was bedeutet das es gab ein paar rumours die sie gesagt haben ja das hat jetzt damit was zu tun dass die die dpl nicht mehr unterstützt und ab dem moment wo seit sagen drei als hersteller der liga kein geld mehr gibt sagt die liga jetzt werden wir die regeln härter durchgreifen dann haben halt die markierer jetzt probleme wenn das sein sollte was ich nicht weiß wenn das sein sollte wäre das peinlich wäre das schlimm und wäre das echt komisch für unseren sport dass es da sowas gibt ich weiß es nicht es wird nirgendwo schriftlich bestimmt stehen dass es so ist es ist aber schade dass man es erstmal annehmen könnte jetzt ist es halt so das team hat halt zwei spiele unter diesen erschwerten bedingungen gespielt es wurde natürlich viel mit den verantwortlichen geredet die haben das aber dann irgendwann so zugelassen dass gesagt wurde okay die ersten zwei spieltage dieser saison also alle spieltage die noch in diesem jahr stattfinden könnt ihr mit den markierern spielen und danach müssen wir gucken aktuell soll sich so geändert haben dass alle markierer dieses jahr nicht geahndet werden wenn sie das problem haben also die drei markierer könnt ihr ganz normal in eurer liga weiterspielen da wird es keine probleme geben so sieht es bei denen aus das hat die natürlich so ein bisschen aus dem konzept geschmissen total nachvollziehbar weil er stand im raum können wir die liga überhaupt noch spielen wollen wir sie überhaupt noch spielen wollen wir das riskieren zwei spieltage zu spielen und danach nicht weiter zu spielen es ist eine menge geld was dafür drauf geht aber am ende haben sie jetzt weiter gespielt haben nicht mehr so richtig gut den groove gefunden ich bin mir sicher die jungs sind hungrig und heiß und werden am nächsten spieltag mehr zeigen und dann kommt jetzt mal ein überraschungsteam nennt sich sandbaggers düsseldorf sandbaggers ein absoluter traditionsname es ist ein planet eclipse firmen team hausteam factory team da sitzt richtig jemand hinter der hat gesagt okay wir geben euch unsere technik ihr seid die sandbaggers das ist so ein name der ist eigentlich 25, 30 Jahre alt wir holen euch wieder ins leben wir holen euch auf die bundesliga zweite bundesliga und die haben da jungs hingestellt wenn man sich die alle einzeln auf dem papier anguckt die haben alle nicht alle die haben sehr viel cpl pro erfahrung die haben in den usa gespielt die haben erste bundesliga gespielt zweite bundesliga gespielt da sind richtig gute leute dabei und die sieht man auch schon öfters die haben als crowpack grob angefangen die haben in den staaten gespielt als killzone army die so ein bisschen killzone squad der auch damals um ecke entstanden wurde was ja auch interessant ist ecke steht auf dem scoreboard ich weiß noch nicht ob man diesen jahr noch spielen sehen aber ecke steht wieder auf dem scoreboard auf dem scoreboard steht auch butsch der man denn selbst man sieht ihn eher so auf dem spg aktuell also auf dem szenario paintball aber ein alter turnierspieler der sehr viel gute erfahrungen auf dem turnierbereich hat der ist auch wieder mit dabei die haben es aber nicht zum laufen gekriegt die haben den motor nicht richtig reingekriegt heini als team captain glaube ich ein absolut total sympathischer typ hat es aber nicht hingekriegt oder das team hat es nicht hingekriegt als ein team aufzutreten und das ist ein problem das sehe ich bei denen öfters wenn ich die auf irgendwelchen feldern als das treffe was sie sind wenn sie einfach mit anderen teams zusammen gewürfelt wurden spielen läuft gut wenn die gut spielen oder gute punkte hinkriegen dann steigern die sich hoch dann werden die besser und besser und besser das ist total schön anzusehen was nicht so schön anzusehen ist wenn es bei denen scheiße läuft dann krabbelt das bei denen aber im kopf keine ahnung die kriegen es nicht hin die werden dann kein team die dissen sich vielleicht auch so ein bisschen auch wenn sie es nicht laut sagen im kopf bei denen glaube ich geht dann richtig der streitlos intern und dann schaffen sie es einfach nicht mehr das was sie können aufs bord zu bringen aufs feld zu bringen und das ist voll schade da hoffe ich dass die sich noch fangen denn das war ganz klar für mich ein titelkandidat der aufsteigen kann und der eigentlich aufsteigen muss ich will jetzt nicht sagen das ist peinlich was sie da jetzt aufs brett gelegt haben da werden sich selber am kragen packen aber es war nicht schön anzusehen wie die nicht punkte aufs brett gebracht haben und da wird mir jeder zustimmen der das gesehen hat alle waren überrascht solch ein favoriten solch ein spieltag spielen zu sehen gehen wir mal weiter in der liste ist ja noch viel gleich mache ich zwei videos raus damit das hier das zweite bundesliga video als nächstes clone predators auch ein absolutes traditionsteam ist lange da hat sehr solide sehr schön gespielt haben ein bisschen verstärkung sich hochgezogen haben am ende vom spieltag auch noch ein spielerband gekriegt das heißt da wurde so ein bisschen in pretz tradition lauter gemeckert schimpf hat er benutzt da wurden die karte gezogen ist gerade wenn der team nicht so stark besetzt ist oder so viel besetzt ist ein bisschen schade das heißt spielerband für es gab den nächsten spieltag man kann auch grob sagen der darf dieses jahr nicht mehr spielen was sich am ersten spieltag so ein bisschen hart anhört aber es ist nur ein spieltag für dieses jahr nicht diese saison sind die pretz ich glaube wenn die wenn sie sich wieder fangen die die können richtig gut spielen die haben guten sport zusammen die haben viel rücken halt aus der ersten bundesliga aus ihrem ersten sport das ist schön das ist davon will ich auch mehr sehen wer so ein bisschen wieder neu ist einige von euch kennen sie bestimmt wenn ihr den kanal verfolgt habt ihr schon einiges von denen gesehen die droogs droogs frankfurt ein team was nxl erfahrung hat ein team was miller erfahrung hat ein team was auch so ein bisschen zusammengewürfelt ist mittlerweile die haben amerikaner dabei die haben belgier dabei die haben deutsche dabei da war es jetzt ein bisschen schwer gerade in dieser corona zeit einige länder können die ausreise die reisebedingungen noch nicht so wirklich klarstellen waren so ein bisschen unterbesetzt in ihrer ersten mannschaft aber ich glaube die haben so ein paar schöne momente gehabt haben sich geärgert ist aber ein team das wenn es gut läuft und gerade nächstes jahr wenn sie ihren sport zusammen haben mit dem sie spielen wollen kann ich mir die auch weiter vorne vorstellen aktuell mittelfeld wenn sie so weitermachen mittelfeld ist bei denen auch ganz klar so ein kopfding die müssen aus ihren köpfen rauskriegen was negatives da ist die müssen sehr viel positiv denken und wenn das team positiv denkt und die punkte positiv spielt und sich nicht im kopf kribbeln reinhaut dann macht das bei denen richtig viel spaß ihnen zuzugucken das wird schön killzone army aus bavaria ein team das gut spielt ich weiß nicht was ich dazu sagen soll die spielen gut ich bin schön bei die haben gute leute dabei ich glaube da werden wir noch mehr sehen gerade in dem battle zwischen killzone army und kansas killzone ist ja auch so ein bisschen traditions namens gefecht aber ja da wird es noch mehr geben die lucian weipers auch ein team zweite bundesliga ich habe sie auch schon einige mal gefilmt und vielleicht ein paar filme über uns gesehen sehr sympathischer haufen mit echt netten jungs und wenn ihr die mal antreffen fragt sie mal ganz oft haben die schokolade für euch dabei das ist so ein bisschen das markenzeichen diesmal habe ich übrigens keine gekriegt aber ist auch okay ich habe ein bisschen viel drauf ein team was ich immer wieder gerne treffe immer wieder gerne sehe usa in excel und jetzt halt ausweite bundesliga mehr davon ich glaube ihr könnt ja noch mehr reisen von mir zu euch jetzt mal macht da mal mehr das wird im nächsten spieltag besser werden ein team jetzt kein deutsches team ein team was aus dem nord von deutschland überhalb von deutschland kommt wo nicht so ganz sicher war ob sie es geschafft haben jetzt durch corona ob sie zu uns nach deutschland kommen konnten sie sind da gewesen sie haben gut gespielt und das ist ein team das ist ewig alt auch schon die haben echt alte spiele auch dabei also ich weiß nicht wie sie früher aussahen aber manche von denen war schon echt wesentlich mittlerweile übers feld was bei denen das interessante beim spielen ist die explodieren die machen die die machen einen total soliden start und dann bricht ein spieler vor und geht einfach mal durch die mitte und geht über die seite und mäht die spieler weg total überraschend du weißt nicht wann das passiert die haben eine extrem gute möglichkeit und sind super eingespielt die können den gegner lesen die können die feldsituation lesen das ist schön wenn ihr euch mal von den anti duckling spieler spieler angucken könnt macht das auf jeden fall ich weiß nicht ob man sich davon eine scheibe abschneiden kann aber es wird sich lohnen solche momente müsste man öfters sehen ich finde das total cool wenn er mittendrin auf einmal loslegt und bam bam spieler weg spielt auch davon mehr davon und ich kann mir auch gut vorstellen ein team was wenn die weiter so was spielen top 3 werden killzone kansas killzone jetzt kommt natürlich aus dem neunten ist ein bisschen zusammenschluss coach heute dabei mit sumo ist dabei ein gemischter haufen spielen guten ball haben alle spieler zweite und ich glaube auch erste bl-erfahrung ich weiß gar nicht ob die von unten noch die spieler hoch geholt haben es gab ja mal sehr viele kansas killzones das hat sich jetzt ein bisschen getrennt in die killzone army und die kansas killzone jungs weil man sagen kann kansas killzone kommt aktuell glaube ich eher so aus dem Norden und killzone army eher so aus dem Süden spielen sehr gut ich glaube die wollen aufsteigen die werdet ihr auch die ganze zeit im titelkampf sehen und jetzt ein überraschungsteam für mich wer gestern da war wird überrascht sein war überrascht wie ich überrascht war die rede jetzt von Dick Nischen Dick Nischen Dick Nisch Dick Nischen Düsseldorf ich hoffe ich habe das jetzt richtig ausgesprochen ein Team mit einem sehr sympathischen Coach ein Team das sich hoch gekämpft hat aus zwei Teams zusammengeschlossen wurde die haben letztes Jahr dritte Bundesliga gespielt sind aber nicht aufgestiegen also kein klassisches Aufsteigerteam haben in der dritten Bundesliga den zweiten Platz gelegt mit ganz wenigen Punkten Unterschied zum ersten also sehr knapp für die dass die Aufstieg die haben ganz knapp den Aufstieg verpasst und haben sich dann gesagt fuck off wir gehen trotzdem hoch oben sind Plätze frei wir holen uns oben Platz wir gehen in die zweite Bundesliga und wir zeigen mal was wir können und verdammt die können was die haben ein sehr gemischtes Team aus ein paar traditionellen alten Spielern die schon sehr lange Erfahrung haben die sehr viel Know-How ins Team reinbringen und ein paar sehr jungen super aggressiven Spielern total schön zu sehen wie die eine Harmonie in ihr ganzes Spiel reingebracht haben ich will mehr davon sehen ich würde allein schon nur wegen denen wieder hinfahren und ehrlich gesagt sobald die zweite Bundesliga wieder für Besucher offen ist fahrt da hin gebt euch das schaut es an lernt davon saugt die Stimmung auf und genießt einfach ein bisschen mehr das ich glaube im Livestream geht das nicht so fahrt da endlich mal hin guckt euch das an macht euch sucht euch ein Hotel in der Gegend macht mit einem Team schönen Trip dahin erste, zweite Bundesliga bitte macht nächstes Jahr mal so ein paar Trips dahin das ist so schön da und gerade das Spielen die ganze Stimmung ist toll und dann haben wir noch also ich glaube die können auch weiter oben spielen und jetzt noch auch so ein alter Herren Team wieder seit zwei Jahren glaube ich wieder dabei Fight Club aus Frankfurt Name der vor 15 Jahren wenn du den ausgesprochen hast dann lief sie kalt den Nacken runter die haben richtig mal ein Jahr gehabt wo die sowas von dominiert haben aufgestiegen aus der zweiten in die erste Reihe und bam direkt einen Meister geholt seitdem nicht mehr so ganz haben sich aber wieder zusammengefunden spielen jetzt schon seit zwei Jahren glaube ich wieder oben mit dabei und können Paintball spielen also es ist wie Fahrrad fahren Paintball spielen verlernst du nicht wirklich so du musst dich nur so ein bisschen wieder ans neue Spielern gewöhnen und auf Platz eins aktuell in der zweiten Bundesliga ich wünsche es ihnen sehr ich freue mich für sie das Haus Team aus Solms die Hurricanes 2 ich weiß ihr kennt die auch schon die spielen sehr gut die würden bestimmt sehr gerne aufsteigen irgendwann in die erste Bundesliga da gibt es aber schon ein Team die Hurricane 1 auch die sind sehr gut also da muss man mal gucken wie es bei denen aussieht wie die ihren Schwesterteam Namen umändern ob die neuen Namen brauchen ich weiß noch nicht ganz genau wie es läuft ab nächstem Jahr soll es ja so sein aber aktuell Hurricane 1 auf dem ersten Platz und ganz verdient in der zweiten Bundesliga und damit sage ich jetzt danke fürs Zuhören danke fürs Zusehen ich hoffe ich konnte euch so einen kleinen Einblick in den aktuellen Ligastand sehen nur rein aus der Tabelle weiß man ja gar nicht was es bedeutet welche Gesichter gehören zu den Namen wenn ihr jetzt noch wissen wollt wie es in der ersten Bundesliga ausgegangen ist könnt ihr natürlich auf der DPL Seite gucken wenn ihr von mir hören wollt wie es da war wie es ausgegangen ist dann schaltet ins zweite Video rein ansonsten lasst ein Abo da drückt auf Like wenn es euch gefallen hat und bis bald Ciao und Tschüss Euer Chris echt Voldemort dem Ende